Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video von Nolase-linuxgaming.de Ich bin Melder und zeige euch heute, wie man, also ich hoffe, ich zeige euch heute, wie man OpenLoco, also die freie Implementierung von Locomotion, Sid Meyers Locomotion, unter Linux zum Laufen bekommt. Das ist noch ein bisschen knifflig, das wird hoffentlich in naher Zukunft ein bisschen einfacher werden, spätestens dann, wenn, ja, fertig gebaute Pakete schon zum Angebot stehen auf GitHub oder wo auch immer. Das ist im Moment nicht der Fall, das heißt, es ist noch scheiß zum selber basteln. Das soll uns aber nicht davon abhalten. Ich werde versuchen, das möglichst ausführlich zu machen mit allen Schritten, die drumherum sind. Ich persönlich mache hier einen One-Shot und schneide das dann nachher zusammen zu einem kurzen Video, das ist für euch angenehmer und mir gefällt die Qualität besser. Genug dafür, Lefanzerei. Fangen wir an damit, dass wir unseren Locomotion-Installer beziehen. Aktuell gibt es das, wenn man es noch gar nicht besitzt, beispielsweise auf gog.com. Da kriegt man hier so einen lustigen Installer, den wir gleich mit Wein auf die Platte schmeißen werden. Wenn man noch den alten Datenträger hat von damals, TM, dann kann man sicherlich auch die Dateien nehmen. Ist dann halt das Vorgehen ein bisschen anders. Wichtig ist nur, dass wir irgendwie an die Dateien rankommen müssen. Um an diese Dateien ranzukommen, wäre es schön, wenn ich in der Lage wäre, jetzt aus dem Stand Inno-Extrakt zu benutzen. Kann ich aber nicht, denn die Archivverwaltung schmeißt mir hier nur so lustige Dateien, mit denen ich jetzt nicht wirklich was anfangen kann. Da bräuchte ich, wie gesagt, ich vermute den Inno-Extraktor, den habe ich gerade nicht. Und deswegen gehen wir den altmodischen Weg und sagen, er soll das Ganze doch bitte mal mit dem soeben installierten Wine öffnen. Ich werde es nicht finden, das wird mir jetzt nicht angeboten, ist aber auch nicht schlimm. Machen wir es eben so. Also, der Hintergrund ist der, dass es eine virtuelle Maschine von Xubuntu 18.04, denn zum Basteln von OpenLoco braucht man blöderweise Komponenten, welche fallen mir gerade nicht ein, aber man braucht Komponenten, die es in der aktuellen Form, die sie benötigt werden, unter Ubuntu 16.04 nicht gibt. Das heißt, das Ganze läuft auch bei mir aus diesem Grund im Moment auf einer virtuellen Maschine und nicht auf meinem Haupthost. Und ja, genau. Klicken wir uns hier mal eben fix durch das Setup durch. So, Chris Sawyer aus Locomotion was installed successfully. Wir können mal probieren, ob wir das Ganze überhaupt unter Wine zum Laufen bekommen unter Linux, denn das habe ich persönlich noch gar nicht probiert. Let's kick it, wahrscheinlich bricht hier gleich alles zusammen. So, da sind wir wieder. Also, in der virtuellen Maschine mit Wine, Locomotion starten. Mochte das System jetzt nicht so gerne, werden wir auch nicht nochmal probieren. Stattdessen gehen wir unter persönliche Ordner, Steuerung H, lässt versteckte Dateien, also die mit einem Punkt vorab erscheinen, Punkt Wine, Drive C, GOG Games, Chris Sawyer's Locomotion. Und da liegt es jetzt, beziehungsweise da liegt alles das, was wir später brauchen werden. Jetzt im Moment ist es erstmal noch nicht so relevant. Wir öffnen jetzt unseren Internet-Navigator, sprich einen Browser und sorgen uns jetzt erstmal um die OpenLoco-Variante. Da hat er sich gemerkt, was ich eben noch offen hatte. Vielen lieben Dank. Wir öffnen einen Browser und suchen. OpenLoco-Github sollte schon alles bringen, was wir brauchen. Hoffe ich zumindest. OpenLoco, klingt richtig. Release. Wir entscheiden uns in diesem Video für den Release. Man kann auch den Master-Branch runterladen, da hat vielleicht schon ein paar angepasste Dev, was auch immer, für sich. Das Ding ist jetzt sechs Tage alt, glaube ich zwar nicht so ganz, aber wir nehmen das mal so hin. Zur Auswahl steht uns zumindest unter dem Tag-Release eine Windows-Variante, die für uns völlig uninteressant ist, aber eben auch diverser Source-Code. Also das, was wir zum selber basteln dann brauchen. Die ZIP-Datei. Speichern. So, neuer Reiter. Komm her. Downloads. Da lichtet. Jetzt entpacken wir uns mal hier hin. So, jetzt sind wir hier quasi drin, zisseln uns noch ein Terminal dabei. Gut. Dann gucken wir uns nochmal die Gebrauchsanweisung an, wie wir sie auf der linken Seite haben. Da wird uns auch gesagt, wo die ganzen Configs sind und so. Die Gebrauchsanweisung meine ich aber gar nicht. Ich wollte hier hin, genau. Also, was brauchen wir, damit das Ganze funktioniert? Natürlich erstmal die Daten, die Gamefiles. Die haben wir uns schon besorgt. In dem Fall von GOG. Jetzt wohl auch auf Steam. Unter Linux und macOS braucht man CMake, Make on Ninja, SDL2 und Boost. Das heißt, wir installieren. So, du hättest install CMake, Make, Lib, SDL2, Minus 2. Hast du nicht gesehen? Und Lib Boost. Das sind natürlich jetzt nur die, ach du lieber, die groben Pakete. Und dann warten wir erstmal, bis er das draufgezimmert hat. So, jetzt haben wir das Grundlegende erstmal installiert. Jetzt können wir uns gleich an den Fehlermeldungen entlanghangeln. Also, ich werde das machen. Ihr werdet nach diesem Video wissen, was ihr alles installieren müsstet. Und könnt es in einem Schlag machen. Aber, äh, ja. Ich dachte mir, der Ehrlichkeit halber, ich lasse das mal drin. Beziehungsweise, ich mache es im First-Try-Verfahren. Okay, also. Es geht los mit mkdir-Build. Wir erschaffen uns also ein Build-Directory. Wir betreten das Build-Directory mit cd-Build. Dann geben wir den wunderbaren Befehl ein CMake. Das geht jetzt, denn das haben wir eben installiert. Dann würde er uns wahrscheinlich anschreien, dass irgendwas fehlt. Da haben wir es nämlich schon. Es fehlt, äh, required package was not found, no package stl2. Das liegt daran, und das habe ich vergessen, dass, äh, OpenLoco aktuell noch mit 32-Bit-Binaries gebastelt wird. Will damit sagen, ähm, die 64-Bit-Dinger, die wir eben installiert haben, bringen uns erstmal gar nichts. Ist aber kein Problem. So, ich bin jetzt gerade mal dazu, ähm, übergegangen, in extreme Faulheit zu verfallen. Open, äh, Loco basiert ja auf dem Quellcode, also basiert ja so ein bisschen auf der Entwicklung von OpenLCT, also OpenRollerCosterTyton2. Und ich werde jetzt einfach mal so frei sein und so frech sein und mir die, äh, erst mal dieses hier tun, überhaupt mal die 32-Bit-Architektur hinzufügen zum Basteln. Und dann werde ich mir diese Befehlszeile hier eins zu eins rauskopieren, in der Hoffnung, automatisch auch alle Voraussetzungen für OpenLoco somit auf dem, auf das System zu transportieren. Sollte das jetzt im ersten, äh, Sturm von, äh, also sollte das direkt Erfolg haben, werde ich das Ganze natürlich dann irgendwo auch nochmal separiert verschriftlichen. So, theoretisch alles so weit drauf. Wir versuchen uns nochmal an, äh, CMake und hoffen, dass es diesmal durchläuft. Jo. Das ging über meine Erwartungen fix. Der andere ist dann wahrscheinlich Make ohne irgendwelche Zusätze, jawohl. Einfach mal Make, gucken, wie weit er rennt. Fehler bei 9%. Was vermisst du denn? Was hast du denn für ein Problem? Audio, Compilation terminated. So, jetzt sind wir in den Fehler gelaufen, ähm, bei bits slash c++ config.h. Äh, kurze Google-Anfrage ergab. Das kann man wohl umgehen, indem man, ähm, sodo apt install gcc multilip. Und g++ minus multilip aufs System donnert. Und es ist alles nicht so einfach. So, probieren wir das nochmal. Ja, leckt mich fett. Das hat funktioniert. Das heißt, wir haben unter Bild jetzt eine Datei Open Loco. Die kopieren wir uns gerade hier raus. Das heißt, das redet ich kopieren. Die schneiden wir uns hier aus. Ganz dilettantisch mit der Maus. Fügen die im Hauptdatei Ordner ein. Gehen hier eine Ebene hoch. Und öffnen jetzt die neue Datei Open Loco, die uns sagen wird, dass Dateien fehlen oder nicht gefunden werden können. So, er will jetzt wissen, wo den Locomotion Install Path will er haben. Und zwar will er den hier unten. Den können wir, oder den werden wir ihm aber im Moment noch nicht geben. Vorher nehmen wir all diese Ordner, STRG-C, fügen die hier ein und nennen das Ganze Open LocoMotion Data. Ist ja egal. Also der Name ist generisch. Warten kurz. So, da sollte jetzt alles liegen, was er braucht. Hier kopieren. Da einfügen. Ebenfalls dilettantisch mit der Maus. Enter. Cannot create directories invalid argument. Mhm. File not found. Home. Mildrian. .config. Open Loco. Ja gut, das ist kein Problem. Das schieben wir ihm auch noch unter. Wir sind da ja gar nicht so... Ist er noch ein bisschen pienzig. Weiß ich nicht, was er da für ein Problem hat. Äh, .config. Ähm, Open Loco existiert schon gar nicht. Open Loco. Ist das richtig? Auch in der Punkt, äh, großen Kleinschreibung. Und da packen wir rein. Eine Datei. Äh, Open Loco. .cfg. Geht es? Wäre sie wahrscheinlich auch mit Touch gegangen, oder? Touch Test. Äh, ja. Ja, da ist sie. Naja. Okay. Unabhängig davon. Ähm, die Datei ist jetzt da. Also probieren wir nochmal, das Programm zu starten. Und geben ihm wieder den Pfad mit, in dem Moment, wenn er hier unten fragt. Den hat er sogar noch. Dann macht... So. Und dann startet Open Loco in Version 18.02 und man kann hier lustig, hoppala, Locomotion in einer virtuellen Maschine spielen. Wenn ihr 18.02 in Seelit habt, könnt ihr das auch auf eurem Hauptsystem oder euer Hauptsystem verhunzen und das dann da spielen. Da braucht ihr keine VM für. Und, äh, ja, wie gesagt, unter 16.04, hab ich 18.02 gesagt? 18.04. Unter 16.04, ähm, hat das immer nicht funktioniert, weil er eine dieser Abhängigkeiten halt nicht installieren konnte. Nicht in einer Version installieren konnte, die neu genug war für das Bauen des Titels. So. So. Wunderbar. Gucken, ob wir es auch direkt zum Crash, äh, provozieren können, indem wir versuchen, eine Straße dort zu bauen, wo bereits eine Straße ist. Nein. Aber egal. Irgendwann crasht es. Ist es noch nicht ganz so stabil, das sei hier an der Stelle schon mal gesagt. Ähm, aber zum Testen und zum Reinfuchsen, zum Ansehen und für den ersten Eindruck ist es schon mal quasi da und es... Ich persönlich finde es sehr schön. Ich würde mir wünschen, dass es stabiler wird, denn es sieht aus wie Rollercoaster Tycoon und spielt sich ein bisschen wie OpenTDD und Simutrans und da bin ich komplett zu Hause. Das reicht mir absolut. Ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft, äh, in geregeltere, schönere und, äh, ja, stabilere, vor allem stabilere Bahnen läuft und dann irgendwann für mich abendfüllende Unterhaltung bedeutet. So. Ich hoffe, geholfen zu haben oder euch animiert zu haben oder was auch immer. Wünsche euch wie immer, äh, fröhliches Zocken. Frohes Spielen, natürlich und ausschließlich unter Linux und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt die entweder hier unter dieses Video oder aber in den zugehörigen Artikel auf volase-linuxgaming.de. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Macht es gut, heute rein. Und, äh, äh, hier Dings. Tschüss. 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 Tschüss.